Was ist eine Fisurenversiegelung und welche Arten gibt es? Auf der Zahnoberfläche haben wir kleine Rillen. Diese Rillen können wir trotz bester Pflege nicht immer perfekt sauber bekommen. Dann ist es für den Zahnarzt entscheidend zu beurteilen, ist dort schon eine Karies, setzt sich dort oder ist dort eine Stelle, die sich vielleicht schneller mit Karies belegen lässt und ist dort ein Handlungsbedarf. Dann versucht einfach frühzeitig die Gefahr zu bannen, dass dort Karies entsteht an diesen Stellen. Dies kann man machen, indem man die Fisur, also diesen kleinen Oberflächenspalt dort begutachtet, wenn dort Verfärbungen sind oder wenn man feststellt, dass die so schwer zu reinigen ist, dass die Gefahr sehr groß ist, dann würde man dort eine Fisurenversiegelung durchführen. Das heißt, man würde den Zahn reinigen, sodass das ganze Konstrukt sauber ist und würde diese kleine Unebenheit mit einem sehr dünnflüssigen Kunststoff nach der Reinigung verschließen, sodass Sie, wenn Sie später mit der Bürste drüber gehen, Ihren Zahn wieder perfekt sauber haben. Im Gegensatz zu der einfachen Fisurenversiegelung, wo der Zahn nur gereinigt wird und diese Rille aufgefüllt wird, gibt es die erweiterte Fisurenversiegelung. Das muss man sich so vorstellen. Der Zahnarzt stellt fest, okay, in dieser kleinen Rille ist es schon ein bisschen weich oder die Gefahr ist sehr groß, dass da schon eine kleine Karies ist. Dann würde man mit einem sehr, sehr feinen Instrument diese Rille etwas breiter machen, würde die Verfärbung oder diese Kariesstelle entfernen und anschließend auch wiederum mit einem speziellen Verfahren diese Zahnoberfläche anrauen und am besten unter Kofferdamm diese Rille wieder mit einem Kunststoff zu verschließen. Man kann es zu vergleichen, es ist eine sehr, sehr kleine Füllung, minimalinvasiv, sodass der Zahn später nicht wieder eine Angriffsstelle hat, wo sich Speiserreste und dadurch später vielleicht auch Karies entwickeln kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017